Wir werden versuchen, euch nicht zu enttäuschen. Ja, pfff. Wenn die Gitter geht, will ich wohl hoffen. Christian, da musst du hier ein bisschen Druck machen, hier nicht, was will ich wohl hoffen? Was hast du gesagt? Das will ich wohl hoffen. Echt mal, Christian. Mann. Mann. Ich bin einfach schon so gelangweilt und angeödet, dass ich einfach nicht immer weiß, was ich gerade von einer Sekunde gesagt habe. Boah, geil. Jetzt weiß ich auch schon gar nicht, was was passiert. Okay, cool. Jetzt ist was cooles passiert. Ich habe mich überschlagen. Nice. Jetzt muss ich ein neues Wagen gehen. Ist das ein Flugzeug? Nee, nee. Komm, wir heizen halt nochmal richtig rein mit richtig Speed. Wie wert, wenn du die Typen da unten direkt wegballerst, damit die nicht den ersten Schuss auf uns setzen können. Ja, kann ich machen. Siehste, YouTube, für sowas hier, genau für sowas wäre auch im Gaming-Bereich die, ich möchte die Kameraperspektive wechseln-Funktion ganz nice. Und nicht nur, wenn ich irgendwie ein Live-Konzert sehen will. Das stimmt allerdings. Was hier sogar viel mehr Sinn machen würde, als wenn du den gleichen Sänger nur aus anderen Perspektiven siehst. So, hallo Busfahrer, wie geht dir heute? Na, wo schieße ich dir jetzt hin? In den Kopf. Ey, ey, nicht immer was rollen lassen. So, das heißt den schwarzen, schruttfindenden Wichser hier. Ja, die zwei Typen da vorne auch, weil die schießen mich auch noch immer an. Okay, soll ich dir jetzt als erstes wegrotzen? Ja, lass mal kurz stehen bleiben und gucken, wo überall Gegner sind und dann überlegen wir uns, wie wir die am besten wegmachen. So, da vorne ist der, hier sind zwei Typen neben uns, ist über uns noch einer? Ne, über uns ist erst hier einer, wenn wir hier durchgelaufen sind. Ah ja, okay, verstehe. Wir schießen schon, Bram, weil du gesprintet bist! Ja, ich bin schon fast down. Ja, soll ich gar nicht, soll ich pissen gehen? Schau mal. Vielleicht besser so. Also ich hab den Flugzeug jetzt wieder. Geschafft ohne zu Schaden zu bekommen. Ja, meine Rüstung ist weg. Ich komm eben vorbei und bring dir da meine. Sieht noch gut aus. Bus fahren. Na komm. Muss bauen. Mal gucken, ob ich diesmal bis zur Wüste komme. Ja, ich bin auch schon wieder jedes Mal kurz vorm Flugfeld gewesen. Das passiert immer an der relativ gleichen Stelle da, wo ich kann das sein. Wenn ich jetzt so ein autistisches Gedächtnis hätte, dann würde ich mittlerweile schon die ganze Stadt anmalen können, so auf wie ich jetzt darüber geflogen bin. Sollten wir vielleicht nicht direkt da runtergehen, Peter, sondern von hier oben die wegsnacken? Ja, können wir versuchen. Okay. Ich weiß auch, du halten mir die mal kurz vorm Leib. So. Was ja noch richtig geil wäre, wenn die noch irgendwie so ein Casinoviertel hätten in Santos. Wie sie es in San Andreas hätten. Das war cool. Alter, ich bin kurz weg. Richtig. Hat Damage. Oh, oh, oh. Genau, stimmt. Ja, genau. In ungefähr 10 Sekunden sterbt ihr beiden. Ne, das dauert noch ein bisschen. Ja? Okay. Ich muss noch bis zum nächsten Mal gucken. Ja, stimmt. Stimmt. Nur ein Stückchen. Drei Sterben. So. Jetzt sagen wir, in der nächsten Minute sind sie tot. Oh, shit. So. Darauf legen wir schon mal fest. 4,20 haben wir gerade. Bei 3,20 seid ihr tot. 4,20. Oh, shit. Achso. Hahaha. Boah, lebt mir am Arsch. Was hat mich denn jetzt geraumt? Was ist los? Okay, da stehen noch, da stehen nicht mehr so viele. Äh. Oh, guck mal an. Ich hab keine Zeit mehr. Ich seh keinen. Oh, jetzt passiert was bei mir. Okay. Aber Luftsicherung hat den Flieger jetzt gefährlich irgendwie. Jetzt ab nach unten. Okay. Lol. Ich hab 5 Sterne. Weiche den Verfolgerjets aus. Ja, genau. Das ist doch zum Kotzen, Alter. Ohne Spaß, die Streppe kannst du nicht nach unten laufen, nur zu sterben. Ja, wir haben halt noch nicht alle platt gemacht, bevor wir runtergegangen sind, wa? Ja, aber ich bin jetzt genauso weit gekommen, wie beim letzten Mal, als da 60 Leute standen und jetzt standen auch 3. Ich bin schon mal AFK pinkeln, ihr könnt aber schon mal machen. Ich hab genug Zeit. Ist doch gay, Alter. Ja. Okay, da oben mit dem Sniper die ganzen Leute wegholen scheint ne gute Idee zu sein, aber generell. Bei allen Dingen die Typen... Immer davon aus, dass die Kinder noch so einen Spaß kriegen wird. Die Typen unten wegmachen, bevor die mich abschießen können. Ja, das stimmt. Und nicht an denen vorbeisprinten, sodass die Kinder noch nicht schießen. Ja, aber ne Sache, die du halt wissen musst, ist, wenn die beiden da tot, äh, die beiden da weg sind, kommen auch 3 Stück aus der Tür raus hinter dir. Okay. Okay. Oder spawnen da. Lululu. Komm. Gas. Was? Da ist ja auch schon nur 500 Meter von. Da ist so ein schönes städtisches Fleckchen hier immer. Wie viele Leute sitzen gleich in dem Gefängnisbus? Einer. Nur der Wärter. Also nur der Fahrer. Das ist eigentlich für der mit dem leeren Bus angetanzt. Ist ja der Shit. Ja, aber ich geh mal davon aus, dadurch der Jay, der hat so voll den Lone Job und da kommen Jets. Ihr habt jetzt schon was. Ich denke mal, wenn ich gleich beim Flugplatz bin, passiert da auch noch was. Wahrscheinlich, ja. Du wirst doch jedes Mal Gelaber von dem Scheissschwatten da anhören, ey. Ich pumke deine Mutter auch voll. Was? Ich hab grad ein bisschen schlecht geschossen. Da oben. Siehst du den einen, der da immer noch lang läuft? Ja. Aber aus welcher Tür kommen jetzt gleich noch 3 Leute? Das weiß ich nicht genau, wo die herkommen. Aber als ich grad die beiden weggemacht hab, standen sie auf einmal und du auf den einen geschossen hast und auch der irgendwo herkam, standen hinter dir wieder 2 und die hab ich dann weggerotzt. Nächster Bullshit Talk. Ich bin froh, dass ihr noch lebt. So. Soll ich die jetzt wegmachen? Ja. Ich versteck mich jetzt hier und du machst sie weg. Christian, bei dir alles roger. Ja. Ja. Aber wie gesagt, ich geh davon aus, dass wenn ich am Flugplatz bin, da auch mal so ein Shit abgehen wird. Flugsicherung gefällt mir auf jeden Fall ganz und gar nicht. Rest down. Ja, sehr gut. Jetzt steht einer über uns sofort. Ich weiß gar nicht mehr, was das bei den Missionen... Wartest du das da drauf mit dem Hubschrauber den Raketen auszuweichen? Nö. Doch. Ja, ist klar. Aber mit dem Hubschrauber. Irgendwann hab ich's herausgefunden, dass ich da einfach nur mit dem Trigger, mit dem, mit dem, mit dem... Hier Trigger einfach wegkam musste. Das Mal hab ich nichts abgezogen gekriegt. Na, ich auch nicht. Wie machen wir das jetzt sein wird. Also wir holen jetzt von da oben erst alle weg, Peter. Ja. Hallo Flugzeug, lang nicht mehr gesehen. Wenn so Red Dead Redemption 2 mit nur noch etwas besseren Grafik aussieht. Irgendwann. Ich hab keine Rüstung an Bram. Red Dead Redemption muss erstmal bestätigt werden. Wird mir da nicht angezeigt, wenn ich über dich gehe. Fallout 4 und Red Dead Redemption 2. Ja, Junge. Dann, dann ist alles gerettet. Ey, was ist der denn ausgestorben, ey? Was ist das denn für ne Mämmer? Alter, der hat drei Schuss ausgehalten mit nem... mit ner Sniper Rifle. Ja, ja. Das war bei uns am Schiff auch schon. Auch wenn die auf dem Boden liegen, ey. Da kannst du ewig drauf halten, bis die mal sterben, wenn du den Kopf nicht trittst. Wir haben ein gegenüberliegendes Gebäude. Die Typen wollen einfach nicht sterben. Von außen sieht das Gefängnis total ruhig aus. Da passiert ja auch gerade nix. Die Ballern doch da oben. Geil, ich mach jetzt erstmal ein Looping. Mal gucken, ob das funktioniert. Oh, oh, oh. Oh, oh. Man kann nicht hupen und den Mittelfinger zeigen. Ja, da unten ist da einer. Oh, wie shit. Ich hab keine Muni mehr. Kann nicht was sein. Und? Unten links sind noch drei. Herr Christian. Vielleicht ist es keine mehr? Vielleicht ist es keine mehr? Vielleicht habe ich keine mehr gesehen. Wenn die beiden weiter sind, dann fliege ich einfach mal in dich hinein, ja? Was? Ne, ich bin jetzt am Flugplatz. Ich muss den Bus jetzt hier abfackeln. Uh. So. Er scheint nicht oben zu sein, der links. Ja, da unten ist er. Okay, ich hab den Bus dahin gebracht. Oh, zerstöre den Gefängnisbus. Jetzt darf ich den. Okay, der ist da. Okay, holen sie Ruskin Koski ab. Geil. Okay, da ist er. Der hört sich richtig gut gerade bei euch an. Ich dachte, sie würden Professionale senden. Ich habe zusammengearbeitet. Ich bekomme einen Schuh für ihre Freude. Gib mir das. Okay. Das ist ein Schuh, das ich hoffe, wir gehen in. Los geht's! Erstmal. Vielleicht nur mit dem Kopf schütteln. Toll. Äh, Deckung. Alter. Ja, Deckung, Deckung, Deckung. Geht doch. Geht doch. Das ist ein Schuh. Geht zu der Deckung. Ich bin ein Schuh in meinem Sand. Feuer. Ich liebe es. Komm wohl. Herr Christian. Da ist ein bisschen Angst gerade. Loll. Wir haben ein bisschen Jet. Was ist der denn jetzt? Ja. Dass wir mit Granaten rumschmeißen. Still den Buzzard. Loll, da ist er. Ich muss jetzt Helikopter fliegen. Oh shit, Alter. Ich will nicht sagen. Ich hab da so ein Jet am Arsch. Alter, man muss sich teilweise aushalten, Alter. Ja. Ja, aber das sieht sehr gut aus, Jungs. Schön vorsichtig. Macht der Jet auch was? Ram, kannst du irgendwie für Pistole oder so Munition droppen mit F10? Ich bin komplett out. Sei doch froh, wenn der nix macht. Du kannst ja keine Munition ablegen. Moment. Da. Ich fände zur nächsten Deckung. Ich fände aber auch erstmal typisch Amerika. Nicht anfunken oder so, was wir hier fliegen, sondern erstmal direkt töten. Oh, jetzt muss ich auch gegen ein paar Typen. So. Ich glaube, er hat ja den Jet eingeholt. Läuft, mein Wetter! Oh shit. Oh shit. Oh shit. Mach das. Oh shit. Hier ist ein Flugkabel. Soi Jungs, ich komme jetzt mit dem Hubschrauber. Ja. Du hast einen Hubschrauber. Ja, damit musst du J helfen, oder? Loy, beschützt die Vellum. Ja stimmt, ich muss J helfen. Ja, das ist ja absolut Premium. Ich war beim Hubschrauber-Battle der mit Abstand schwächste. Solange ich nicht auf mich schieße, ist ja alles cool. Alter, wie hoch ihr seid. Ich bin die ganze Zeit weggeflogen vor ihm. Wohin geht's jetzt? Geh mal in meine Richtung. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Ram, ich glaube hier hoch, da in Richtung Gegner. Unter dir, ja doch. Lass du Schaden? Kannst du Schaden machen? Okay. Jaja, ich habe Raketen. Ist gut. Er hat eine Rakete bislang auf mich geschossen, der Lapp. Ist da jemand? Ja dann, Moment. Wenn der nichts macht, dann lass ich den einfach. Klar machen. Sicher ist sicher. Mach den weg. Ja, aber vielleicht kommen dann neue. Oh shit. Einer links von uns, jawohl. Der holst du den weg? Ja. Egal, der gibt Platin-Punkte für uns. Okay. Warte nochmal kurz. Jaja, kein Stress. Ich halte auf. Kann die immer nur ein bisschen anschießen, dann fallen die oben hoch. Der Typ ist rausgesprungen, oder? Ja. Und jetzt kommt sofort noch einer. Eis. Siehst du, da kommen nämlich jetzt neue Jets. Das dachte ich mir nämlich. Das ist doch geil. Das ist noch ein bisschen zu ballern. Soll in der Zeit hier und flieche meine Runden. Okay. Davon sind noch drei. Warte mal. Kein Stress. Ich hab den jetzt zum sechsten Mal umgeschossen. Mal gucken, wann er stirbt. Ich hab den mal umgeschossen. Mal zu den rüber, oder? Soll ich mir in das Gefängnis schießen. Wo ist denn das Gefängnis überhaupt? Achtmal umgeschossen. Da unten, das runde Ding. Das runde Ding. Warte mal, ist der Typ da unten? Ach, das riesen Teil, oder? Ja, ja, ja. Da, wo der Jet auch gerade ist. Oh, oh. Alter, aber der hält nimm bitte aus. Immer schön an mir vorbeifahren. Ah, jetzt der down. Ich geh vor, ja. Da unten steht einer, Moment. So, ah ja, stimmt. Der war direkt tot. Da steht noch irgendwo einer. Oh, den seh ich nicht. Der ist getroffen. Oh, das hat den nicht so sehr interessiert. Das ist langsam vorgehend. Ja. Alter. Der könnte direkt hinter der Ecke stehen, einfach auf dem Boden. Oder oben sogar. Ja. Oh, fuck. Strömungsabriss. Oh, shit. Irgendwas schießt auf mich. Oh, shit. Da unten läuft einer. Der Jet dürfte weg sein. Und down. Boah, da hab ich kurz Schiss gekriegt. Der Jet schießt noch irgendwann auf mich. Nice. Wuuuuuuuuuuu. Von Wohan. Von Wohan. Der kommt hin, ja. Down. Ja, Moment, der schießt nochmal auf mich. Ich muss mal kurz zurück, Bram. Ich hab nicht mehr viel Leben. Ich muss mich mal kurz regenerieren. Ja, Jungs, wir haben alle Zeit der Welt, ne? Ich hab zwar irgendwie sechs Sterne. Fünf. Na ja. Mach deine Gefängnis hier. Erstmal chillen. Ja, aber wenn wir sterben, müssen wir einen neuen Anfall. Ja, eben. Also schön, schön. Oh, ich glaub der Jet fliegt gerade über uns drüber. Verlasse das Gebiet! Uh! Ja, ja, der Jet fliegt nicht so schlecht. Achtung! Macht das der schon. Ich fliege wieder nach oben. Der Jet fliegt gerade sau tief. Ja, kein Stress. Der fliegt gerade über das Gefängnis drüber. Ja, ja, ja. Ich bin ja da auch gewesen. Ich wollte mal gucken, was das Gefängnis so macht. Komm schon, jetzt guck nochmal, du Lutscher. Boah, was? Boah, Gott! Boah, langsam werden die Jets dann gefährlich. Da sind noch mehr. Das waren gerade, dieses Haarschaf haben wir vorbeigeflogen. Oh, Alter, 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 Alter. Oh, bis zu den Turm. Oh! Ich bin noch zurückgeblieben, Bram. Eintreffer. Okay, einer ist down. Noch einer ist down. Was hast du zum Turm vor? Ja. Das war eine Rackete, die durch mein Gesicht geflogen ist. Komm schon, guck. Guck. Der Spacken liegt da. Aber der steht nochmal auf. Der nächste Jet ist weg. Oh Gott, das war jetzt. Oh, shit, Alter. Uiiiiiiii. Uiiiiiiiiiiiiiiii. Oh, mit der kannst du echt ein paar coole Stunts machen hier. Uiiiiiiii. Was müsst ihr denn noch machen, den Typen rausholen? Wir kämpfen uns gerade in dem... In dem Ding vorher. Jets fliegen ganz so tief. Oder irgendwie fliegt hoch. So, Alter, für ein Jets ist das dann... Oh, schön vorsichtig, Peter. Ganz vorsichtig. Wird vorsichtig. Ja. Ja, ich sag nur, ich... Ich will... Okay, der ist auch down. Oh, Leute, jetzt bin ich wieder um, ey. Gier und hol den Roskinkowski auf. Oh, ne. Boah, Alter. Jetzt müssen wir wieder zurückrennen und den abholen. Irgendwie ist der Jet noch am Start. Ne, ne, ne. Das ist ein neuer schon. Leute. Der eine ist gerade ins Wasser gefallen. Ich verfolge den Jet jetzt. Hey. Uiiiiiiii. Wie er mich nicht kriegt. Was macht er jetzt? Er ist... Wuhu. Ich verlasse gleich das Gebiet. Muss ich jetzt drehen. Komm, Roskinkowski. Was ist denn gerade umgenockt? Ja, ich weiß. Oh, bitte töten Sie. Es gibt extra... Komm schon, wenn man dem keinen Schaden macht. Sehr gut. Da hoch. Der sagt den gleichen Weg rein wie raus, wa? Wissen wir da hoch? Dann hoch. Da rüber. Ja, also das Geländer quasi zurück. Wunder, dass wir trotz 5 Sterne keinen Helikopter hier am Start haben. Komm schon. Komm schon, Roskinkowski. Look out. Oh. Oh. Das war Kamikaze-Jet. Oh, der Jet dürfte jetzt einen abkriegen. Oh. Das müssen wir, wenn wir hier hochgelaufen sind. Bam. Loll, ne. Die sind daneben gegangen. Ja, ich habe zieles. Nur Raketen. Oh shit. Sonst würde ich den niemals treffen. Ey, ich bin zwar wendig, aber der ist halt sau viel schneller. Also wie kommt jetzt da die... Ich habe halt irgendwie Angst, dass ich da irgendwie den Lucky Punch von den Raketen abkriege. Ja. Aber vorsichtig. Nicht, dass du runterspringst, weil das wäre jetzt mega ärgerlich. Ich habe es geschafft. Leiterklettern, das Schlimmste. Ich kriege die Rakete ab. Nehmen wir jetzt einen LKB? Oder gehen wir so raus? Äh, wir brauchen ein Fahrzeug. Auszeichen Flüchtling. Geht einfach aus dem Gefängnis. Like a boss. Okay. Ich meine, hast du eine gute Waffe zum, äh, aus dem Fenster rausschießen? Weil ich habe keine. Äh, ja. Komm, fahr. Die Büsse sind abgeschlossen. Die Büsse sind abgeschlossen. Wir werden nicht mit einem Bus das hier verlassen. Ach du heilige Scheiße. Kannst du die Fenster zerschießen? Ne. Ja, das wäre schön. Okay. Ich habe das Sniper Rifle. Davon sitzen drei Leute. Wie sieht es eigentlich bei euch aus, Jungs? Habt ihr irgendwas? Ne, ne. Also Johnny fliegt hier ein bisschen durch die Gegend. Ich knall ein paar Jets ab. Oh, alter Junge. Oh. Nächster Jet down. Ey, kannst du eine unendliche Erfahrung theoretisch sammeln. Ja, richtig. Oh, well. Und pam. Und pam. Also klar, dass der Typ natürlich nochmal aufstehen muss. Okay. Irgendwie steht rechts noch einer, aber den kann ich nicht erkennen. Ich auch nicht. Ich muss vorsichtig vorgehen. Ja. Im Zweifel direkt wegschießen. Also. Der ist umgefallen, aber natürlich nicht tot. Der steht rechts dahinter durch. Jetzt hinter dem grauen Ding. Ah, da. Ich sehe ihn. Lass hier so ein gepanzertes Fahrzeug nehmen.